Das ist wieder unterwegs und jetzt geht es wieder darum, wirklich schnell den Berg hochzuhalten, nicht gleichmäßig, sondern schnell. Die Pünktrassung ist am Start. Und ist auch schon auf der Spur, das ist Walter Fuchs. Also, du hast wirklich begangen, da ist sicherlich auch noch ein Spiel. Und auch der hat ein absolutes Lippen, der für eine solische Spiel. Oh, 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 oh. So ist das ein bisschen, da wird der Wundern, tolle Fahrer am Start. Auf und aufzuholen und sie spielt das ganz vorbeizubringen. Alter Pest, das ist der Ziel 1.17.02. Wie habt ihr wieder den Schatten hier gemacht? 1.12.1984. Michael Föbel, der Saenz. Ich habe es auch so, wir haben es vom Unhinein gehört. Die LSOs, die sich drücken auch. Mit meiner Ingläuente noch was. Roman Schatz auch immer über den Berge. Einfach darüber kamen, dass Dirk Böber ist ihr Ziel. Und ein paar Leute haben wir gesagt, 1.25.6.